Musik 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 So, wir sind ja in Portinax und wir versuchen jetzt gerade mal die Stadt zu finden, um unser Mietauto abzuholen, denn wir möchten ein bisschen rumfahren und ein bisschen was sehen und ja, das versuchen wir jetzt mal. Ich hoffe es klappt, dann seht ihr auch, was wir so machen. So, wir sind ja weg. So, wir sind ja weg. So, wir sind ja weg. Let me one hand so break my fall. Wir gehen jetzt zum Strand! Ich war noch nicht im Wasser. Das werden wir jetzt machen und ich werde schon ein bisschen mitnehmen. Wir fahren jetzt mal spontan nach Ibiza-Stadt und gucken uns das mal an. Und vielleicht gehen wir ein bisschen was einkaufen und was essen und so. Ja, wir kommen gerade vom Strand. Ich habe gerade geduscht und mich umgezogen. Und überall liegen Klamotten. Verzeiht mir. Wir sind gerade am Hafen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber es ist so hübsch hier. Es ist echt schön. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich war hier noch nie. Deswegen kenne ich mich auch nicht aus. Aber wir gucken jetzt ein bisschen rum und gehen erst mal was essen. Ich bin jetzt wieder zurück im Hotel. Und ich werde jetzt ein Video schneiden. Wenn das hoffentlich schon online ist, wenn ihr dieses Video hier seht. Ich weiß nicht, wie das Internet hier funktionieren wird mit dem Upload von einem Video. Denn es ist sehr, sehr langsam. Sehr, sehr, sehr langsam. Wir haben jetzt entschieden, dass wir zu einem Strand fahren. Und zwar heißt der Kalaxaraka oder so. Keine Ahnung. Und da gibt es wohl auch einen Schlammbad. Wir werden schauen, ob wir das finden. Ich habe mich gerade auch umgezogen. Das habe ich gestern gekauft. Haul-Video hier. Haul. Bis zum nächsten Mal. Musik Es hat angefangen zu regnen, beziehungsweise nicht wirklich regnen, aber so ein ganz kleines bisschen. Aber es war sehr schön. Es war nicht so warm heute, beziehungsweise bis jetzt war es nicht so warm heute, aber es war angenehm. Und ja, wir gehen jetzt wieder zurück zum Hotel. Ich habe mir jetzt aus Brust einen Alligator gekauft, beziehungsweise er wurde mir gekauft. Ein Alligator. Peter. Ja, ich finde, wir sehen gut aus zusammen, oder? Was sagt ihr? Peter, was sagst du? Hier ist Peter in voller Blüte. Da steht er und chillt. Peter, oh Peter. Musik So, wir haben jetzt entschieden, dass wir erstmal wieder zurückfahren, denn es wird einfach so spät und ich fühle mich auch total krank heute irgendwie. Deswegen werden wir das morgen nochmal versuchen. Und zwar früher, nicht ganz so spät wie jetzt. Und ja, mal gucken, was wir jetzt machen. Wir gehen zurück ins Hotel. Und dann schauen wir mal. Musik Unsere Pläne sind für heute erstmal ein bisschen geändert, denn ich habe mega Schnupfen. Ich bekomme keine Luft und ich fühle mich auch nicht besonders gut. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zu einer Apotheke und kaufen Nasenspray. Super. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Filled with memories that I have left behind With confidence I'll say that I could keep the pain away But this distance knocked me off and kept me blind These radiant skies, they kept me burning bright The simple minds alive, but now they're gone The crimson in my eyes look for guiding lights To keep me warm at night, could I move out? And I can fix what happened now I knew that we would separate Just not when or even how And I might be waiting here Eventually, eventually Or you will return and be the one Waiting for me Waiting for me Waiting for you Waiting for you Waiting for you